Auch wenn bei vielen die große Silvesterparty dieses Jahr flach fällt, sorgen die Promis mit ihren Looks trotzdem für ordentlich Glamour. Auch Fußballstar Thomas Müller und seine Frau Lisa sind ein optisches Highlight. Man möchte meinen, das coole Weihnachtsoutfit der beiden ist schwer zu toppen. Doch an Silvester zeigt das Traumpaar sich fast schon Hollywood-reif. Im goldenen Glitzerkleid mit raffiniertem Schnitt funkelt Lisa schon von Weitem und der tiefe Ausschnitt sorgt für ordentlich Sexiness. Der Sternenschmuck ist perfekt auf den Look abgestimmt. Aber auch ihr Liebster Thomas macht in seinem cremeweißen Anzug mit passender Krawatte eine Topfigur. So sind die beiden auf jedem Fest ein Blickfang. Lustiges Detail, der Hintergrund kommt dagegen recht unglamourös daher. Wahlweise ein Kuschelbär oder der Hund haben sich mit aufs schicke Foto geschlichen. Herrlich, diese Müllers. Herrlich, diese Müller. 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 Vielen Dank.